Und nun, das Feste, was Musik zu bieten hat. Erzählst du deinen Kumpels von uns? Wieso empfindest du als Befriedigung diesen Sender zu hören? Habt ihr erkannt, dass wir so geil sind? Wüsste es immer und immer wieder. Oder, was sagst du, dass wir einfach so geil sind? Yes, Baby, du bist Radio Station Offsburg. Du bist es satt, immer nur dasselbe zu hören. Du willst endlich mal mitbestimmen, welche Songs gespielt werden? Dann bist du genau richtig bei uns. Wünscht euch eure Lieblingssongs bei den Radio Nightclub 21 Membershards. Das ist die Best Radio Station Offsburg. Eure Hits, eure Sender. Jeden letzten Freitag des Monats nur eure Hits. Und nicht vergessen zu voten. Nicht vergessen zu voten. Jeden letzten Freitag des Monats. Jeden letzten Freitag des Monats. Jeden letzten Freitag des Monats. Jeden letzten Freitag des Monats.